Wer sich nicht impfen lassen will, muss im Herbst mit Einschränkungen rechnen, zumindest wenn es nach Kanzleramtsminister Braun geht. Er will keinen neuen Lockdown. Bei der vierten Welle müssten aber die Ungeimpften ihre Kontakte reduzieren. Er erwartet dramatisch steigende Corona-Zahlen und ist damit nicht der einzige, Sebastian Plantold und Dagmar Wöning. Das Impftempo gegen Corona lässt nach und damit wird das erklärte Ziel Herdenimmunität bis zum Herbst wohl nicht mehr erreicht werden. Stattdessen fürchten Experten eine vierte Welle, rechnen bereits in acht bis zehn Wochen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 800. Für Kanzleramtschef Braun die logische Konsequenz, Menschen ohne Impfung müssen dann mit stärkeren Einschränkungen rechnen, selbst wenn sie negativ getestet sind, weil das Restrisiko zu hoch sei. Das sehen Unionskollegen ähnlich. Weil Geimpfte eben eine deutlich höhere Sicherheit haben als diejenigen, die lediglich getestet sind. Deswegen ist es auch gerechtfertigt, wenn Ungeimpfte bestimmte Dinge nicht tun können, die bei Geimpften unproblematisch möglich sind. Beispielsweise sollten dann Restaurant-, Kino- oder Stadionbesuche für Ungeimpfte tabu sein. Auf der Straße gehen die Meinungen auseinander. Es ist zwar auf der einen Seite, dass man das Impfen ein wenig fördert, aber auf der anderen Seite sind die anderen dann komplett ausgeschlossen, die sich nicht impfen lassen. Ich finde es schon, alleine zu sagen, dass wirklich nur die Geimpften rein dürfen, finde ich nicht gut. Das spaltet schon die Gesellschaft, würde ich sagen. Also ich wäre jetzt nicht ganz dahinter, sagen wir es mal so. Das Problem, die Impfbereitschaft, hat in letzter Zeit merklich nachgelassen. Zwar ist derzeit eine Impfpflicht noch nicht angedacht, aber mehr Freiheiten für Geimpfte könnten die Bereitschaft zum Pieks ankurbeln. Deshalb sind Virologen auf Seiten des Kanzleramtsministers. Es ist ganz klar, dass die Ungeimpften hier ein Risiko darstellen angesichts der 4. Welle. Und deswegen sollten sie Einschränkungen hinnehmen müssen, die Geimpfte nicht mehr haben. Erst wenn Vorteile und Anreize für Geimpfte nicht mehr ausreichen, wollen Politiker wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann über eine Impfpflicht nachdenken. Vielen Dank. Vielen Dank.